Peace Leute, schön, dass ihr reinschaut. Ich bin vielleicht Johannes oder auch Manuel Neuer und vielleicht ist das hier auch gar nicht der erste Brief des Johannes, sondern eine Take-away-Predigt, in der das Wichtigste der Bibel nochmal zusammengefasst wird. Es war von Anfang an klar, wir haben es gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt und angefasst und jetzt sagen wir es nochmal, die Message ist, Gott ist das Licht, sozusagen die helle Seite der Macht und apropos Macht, das Blut Jesu, das ist er, macht uns sauber, also von Sünden und Sünden haben wir alle, belügt euch nicht selber, aber Jesus ist unser Anwalt vor Gott, der verteidigt uns, der holt uns raus, deshalb haltet euch an ihm fest und dann wird alles gut. Du machst das super, ich muss da mal wieder, ja, okay, keine Angst, ich bleib noch. Oh, das ist super, danke. Also, wie lebe ich jetzt korrekt? Na, das Gebot ist uralt und total simpel, Liebe. Du kannst nur bei Gott also im Licht sein, wenn du deinen Mitmenschen liebst. Das ist doch cool, Leute. Ihr seid safe hier, ihr Väter, Teenies, Kinder, hallo. Ihr habt Gott gecheckt, das Böse defeated, also vergesst die ganze Pornokonsumlust der Welt, womit sie euch verführen will. Ihr habt die ganze Ewigkeit vor euch. Okay, das klingt eigentlich ziemlich gut, denn die Ewigkeit steht auf der Matte, so viele Christusleugner, wie gerade unterwegs sind. Was ist los? Lasst euch von denen nicht manipulieren. Das ist der Teufel, der Endgegner, aber Jesus ist der Teufelsblattmacher. Aua! Und ihr, meine Lieben, wundert euch nicht. Es ist crazy, aber die Welt wird euch hassen, wenn ihr euch liebt. Aber ohne Loaf ist alles doof. Wer nicht liebt, der stirbt. Und Liebe heißt übrigens, liebe Kapitalisten, dass ihr das, was ihr habt, mit denen teilt, die es brauchen. Ich meine das im Ernst. Nächstenliebe ist kein Blabla, sondern es zählt, was ihr tatsächlich tut. So, jetzt nochmal zu den Feinden. Aber nicht nochmal hauen, ja? Es gibt einen ganz einfachen Test, um die zu enttarnen. Wenn einer sagt, dass Jesus als Mensch in Fleiß und Blut gekommen ist, kann es ja mal anfassen, dann ist er korrekt. Wer sagt, dass das nicht so ist, grüßt uns schön vom Antichrist. Ja, Moment, also da muss man jetzt schon mal differenzieren. Aua! Verschwinde! Au! Dankeschön, gern geschehen. So, und jetzt schnallt euch nochmal an. Es folgt der in meinen Augen wichtigste Satz der Bibel. Gott ist Liebe. Und sie hat uns zuerst geliebt, so sehr, dass er uns seinen Sohn geschickt hat. Deswegen habt keine Angst. Echte Liebe besiegt die Angst. Ich meine, das ist doch kein schweres Gebot, oder? Liebe. Ist ja nicht wie Essen gehen mit Histaminintoleranz. Also halten wir uns einfach an seine Gebote, vor allem an das eine. Nochmal. Jesus ist mit Wasser und Blut gekommen. Wasser wegen der Taufe, Blut wegen dem Tod am Kreuz und dem Abendmahl. Plus der Heilige Geist macht drei Zeugen. Und was drei bezeugen, das stimmt auch. Wasser, Blut, Geist ist gleich Leben durch Jesus, Gottes Sohn. Ohne Jesus kein Leben. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich sag mal, Vorsicht vor falschen Götzen. Super, danke, gern geschehen. Und das, liebe Gemeinde, war der erste Brief des Johannes. Vielen Dank.